Hallo, ich bin Lieselotte Quetschko-Mode und ich freue mich eingeladen zu sein bei Ferrys Kinder Liedermacher Festival in Frankfurt und demnächst auch in Nassau. Ich grüße ganz herzlich alle Fans und Freundinnen und Freunde, die ich gewinnen durfte in Frankfurt. Und ein besonderer Gruß geht an die Oranienschule in Singhofen. Wir freuen uns schon, wir kommen bald. Bis dahin, eine gute Zeit. Eure Lieselotte Quetschko-Mode.